Hallo, hier sind Lolli, Klaviator und der kleine schlichterne Raubboss, der da schon ganz schnell wegrennt. Komm mal wieder her. Da ist er. Wir sind heute wieder bei Hypexel unterwegs und wollen uns ein paar Minigames anschauen. Dann schauen wir mal, was so geht. So weit, so gut, das kriegen wir noch hin. Das ist ganz schön langsam. So, wo gehen wir hin? Zu Blitz-Survival-Games erstmal, oder? Wo war das? Das Schwert. So weit, so gut. So weit, so gut. Dann müssen wir gleich, wenn wir da sind. Ach, Richard ist da. Lolli. Wo ist er? Wo seid ihr? Ich bin auf der Treppe. Sollen wir erstmal in die selbe Lobby gehen? Also erstmal in die selbe Lobby. Wir gehen in Lobby 1. Ich bin gleich da. Mein Internet spackt schon den ganzen Tag ein bisschen rum. Es könnte sein, dass ich inzwischen mal ein paar Probleme bekomme. Wir gehen nach links unter die große Playtafel, zu der großen Playtafel. Okay. Guck mal, wir wollen ja mit Team spielen. Team 2, Team 3. Winter. Nehmen wir direkt die, oder? Winter. Also ganz unten links. Genau. Müssen wir vielleicht ein bisschen warten, aber... Machen wir mal, ne? Seid ihr schon drauf? Noch. Ich hab's eingeklickt und stehe alleine in einem dunklen, hölzernen Raum. Mit... Raubwurst. Doch nicht mehr so alleine. Wuhu! Ja. Eine Sekunde. Ja, wir sind schon wahrscheinlich im nächsten Raum, weil der andere voll war. Äh... Ja, 2 von 24. Misty-kisti. Ich bin 12 von 24, ich geh wieder raus. Bin ich raus. Nein! Putt putt putt. Äh, ja. Toll. Hängst du fest, lassen sie dich nicht gehen. Lass mich nicht gehen. Ich hoffe, dass ich gleich raus kann. Ist doch blöd. Achso, ja. Wir müssen uns hier noch einladen. Was stand da jetzt? Jetzt stehen die Namen drüber. Hä? Slash Team Leerzeichen Bildernamen. Oh Mann, warum komm ich hier nicht raus? Ist doch doof. Hat das geklappt? Bist du eingeladen? Nein. Äh... Ähm, ich kenn doch kurz... Ich hab auch nichts getan. Achso, Team Inbound. Oh ja. So, jetzt bin ich draußen. Moment. Ich hab hier was geschickt. Ihr müsst nochmal rausgehen. Ich bin doch, ich bin doch, äh... Achso, ich dachte, du kannst hier hinterher höpfen. Also nochmal los. Wie kommt man denn da raus, bitte? Mit dem Bett? Ne, mit dem Bett funktioniert irgendwie nicht richtig. Geht mal ein Slash Lobby. Okay. Und dann fragt ihr euch, are you sure? Und dann müsst ihr nochmal Slash Lobby eingeben. Okay. Dann landet da wieder in der Lobby. Fängt ja super an. Ja. Wir haben's halt drauf, ne? Ja. Und dann gehen wir wieder in Lobby 1. Da hast du Kopfhorst und... Ah, alles klar. So. Nächster Versuch. Nächster Versuch. Nächster Versuch. Team Invite Username. Invite... Ah, das sind nur Zweierteams. Richtig? Oder? Also ich wollte jetzt gerade euch beide einladen. Beim ersten Mal hat's geklappt. Beim zweiten Mal... Ich hab zweimal... Raubbrust hast du Requested Team Accept Boost Team Accept... Okay, versuchen wir mal. Accept Raubbrust. So, jetzt sind wir im Team. We're all ready in a Team. In welchem Team bist du? Das ist ne gute Frage. Team Raubbrust und Random. Ne, einer fehlt noch. Na, ich entweide dich mal. Invite... Panon. Unknown Command? Hä? Achso. Blöd ist das denn? Äh, Alex, gib mal ein Slash... Hat's jetzt geklappt? Achso, ja. Ja, alles klar. Juhu! Was muss ich denn jetzt machen, wenn's los geht? Ja, wir warten jetzt. Geht's gleich demnächst los. Kann sein, dass wir ein bisschen warten müssen. Genau, was ist das überhaupt? Wo hast du uns hingeschleppt? Das ist ganz passiert. Das ist genau das, was wir das letzte Mal gemacht haben. Also so wie die Hungerspiele? Genau, die Hunger Games sind das quasi. Ja, ja. In Minecraft. Äh, da stehen wir alle im Kreis um einen Haufen Kisten. Und wenn der Timer runtergezählt hat, dann müssen wir alle nur mitrennen. Muss man nicht, man kann nicht mitrennen und sich was raussuchen. Oh! Geht gleich los. Und danach, wer als letztes lebt, hat gewonnen. Und das ist das letzte Team. Müssen gleich mal gucken, dass wir uns irgendwie sehen. Ah, wir sind nebeneinander. Seht ihr mich? Ja. Gut. Wir gehen... Wir rennen dann danach hinter mir... Hinter uns... Rennen wir dann in die Berge, okay? Achso, man kann auch ein Kit jetzt, äh... Random, Tim, The Enchanter... Sollen wir erst in die Mitte und dann in die Berge oder direkt in die Berge? Weil irgendwie... Ich bin, glaub ich, für in die Mitte rennen eh zu langsam. Vielleicht rennen, find ich besser. Genau. Ich renne direkt weg. Gut, aber wir müssen damit. Eins und... Los geht's! So! Öh, jetzt bin ich, glaub ich, falsch. Ach, da ist keiner. Alles klar. Du hast mir was hingeworfen, Richard. Du hast mir was hingeworfen, Richard. Du hast mir was hingeworfen, ich hab meine Sachen noch. Das hat irgendjemand anders was fallen lassen. Achso, das bist du. Entschuldigung. Habt ihr schon was zum Kämpfen? Äh, ich hab ne Holzachst. Wo bist denn du? Ich hab ein bisschen gerusten. Hinter dir. Links. Von euch. Ein bisschen tiefer. Ah, Entschuldigung. Gesundheit. So, wo wollen wir hin? So, erstmal in der Kiste. Die ist leer. Verdammt. Da sind schon welche lang gelaufen, die welche ist ungerne hin. Na, dann lass uns mal hier so, so in die Richtung ganz eh. Nicht zu viel rennen, sonst geht's zu viel Hunger weg. Ich hab leider nur, äh, dreimal berottetes Fleisch. Glaub ich auch. Was ist denn ein Night Kit? Ich hab ein Schwert bekommen. Oh! Hab ich das bekommen? Achso, man, äh, man kann sich ein Kit auswählen. Was ist das? Ich hab ne Angel. Oh, ich hab zweimal Fisch. Und wenn ich die Workbench hätte, hätte ich auch noch zweimal Brot. So. Oh, ihr seid schon weg. Ah, ich hab Sachen. Ich hab Sachen. Na gut. Mal hier, ich hab, äh, einen goldenen Hellf, falls noch jemand braucht. Äh, ich hab glaub schon einen. Oder? Ja, ich hab schon einen. Hier hinten stand noch eine Kiste, hab ich grad gesehen. Ah, da ist auch noch einen. Ich seh so. So. Einmal rohes Fleisch. Hier? Oh, die Ketten. Alex, 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 Alex. Ja. Hier, hier, hier. Äh, ich hab noch einmal goldene Füße für jemanden. Wo seid ihr schon wieder hin? Ich hab mich schon wieder verloren. Ach da. Hallo. Da hin. Was? Wo? Wo ist sie? Ich komme, ich komme. Ach da. Wo, 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 wo. Äh, Perl und ich hab einmal goldene Füße. Ach ne, du hast schon bessere Füße. Sind die besser als Gold? Ketten sind besser als Gold, oder? Ich bin mir jetzt grad gar nicht sicher. Lassen wir die einfach mal an, dann haben wir alle dieselben. Genau. Oh, auffällt das Team-Outfit. Yeah. Pfff. Leise. Wo siehst du denn da? Die Kisten sind so schnell. So, die hab ich gar nicht. Äh, Axt, wenn jemand braucht. Was für eine Axt? Iron Boots. Sind die besser? Na, Iron Boots sind besser. Dann hab ich die jetzt. Rinderat. Oh, Goldenrose. Rohrfisch. Drei Äpfel. Ja, und Stöcke. Super. Oh, Stöcke. Du warst so begeistert, dass du sie doch mitgenommen hast. Ja, ich nehm alles. Einfach nur, damit es die anderen nicht haben. Hab ich gar nichts weggeworfen? Ich hab mir so auch noch ne Kiste. Ja, was hast denn du für ne Augen? Ich hab dir ja irgendwie ein schlechtes Sex-Offekt, wo man... Nein, ich hab Sex-Pure-BD eigentlich. Ich will sie immer ohne, von daher. Guck mal, hier ist auch noch eine. Alter! Seid ihr unten geblieben? Also ziemlich. Wo bist denn du? Ach da. Hinter dir Klaviator. Hier oben. Hinter mir Klaviator. Klaviator hinter mir. Oh, was heißt Deathmatch? In zwei Minuten? Oh, da werden wir alle wieder zum Startpunkt reportet und Clashen uns dann da. Oh Gott. Ach putze. Oh Gott, das hat sich ja begeistert an. Ich hab die Kiste nicht gefunden. Warte mal, das ist... Ich hab grad noch eine gefunden. Guck mal hier, ich hab jetzt noch ein paar Sachen, die ich nicht brauche. Braucht jemand von euch einen Goldhelm? Ja, ich. Nein. Braucht jemand von euch noch ne Holzachs? Ich hab zwei. Nein. Braucht jemand von euch Chainboots? Nein. Bottle of Enchanting? Nein. Wo ist Fleisch? Nein. Und Fisch? Nein. Gut. Wir haben dann bei dieser... Wenn wir zusammen reportet werden, eh nicht die Gelegenheit was zu essen. Okay. Das würde mich sehr irritieren, wenn jemand wartet, bis wir gegessen haben, bevor er weiter auf uns einschlägt. Moment, lass mich schnell ein Snickers essen essen. Als wäre ich zur Diva. Da unten ist jemand, wo wir den töten. Der ist doch gerade irgendwie verpufft. Guck mal, geht mal nach rechts, da ist unten auf dem Eis die Kiste. Rechts. Meinst du nicht, dass der die schon hatte, gerade eben? Ich weiß nicht. Ich denke schon, aber guck, kommen wir ja trotzdem. Das ist natürlich Blitz-Survival. Es gibt auch Survival, das dauert echt ewig lange. Da werden irgendwann die Kisten... äh, goldene Schuhe. Ein, äh... Chain Helmet. Goldene Schuhe habe ich schon. Die wollte ich nicht. Ähm... Hinter euch, hinter euch... Äh... Okay, da war ich zu langsam. Oh! Scheibenhonig. Okay, wir waren alle irgendwie zu langsam. Sind wir alle tot? Ja, verzaubertes Eisenschwert. Äh, gut. Noch ein bisschen zu fügel. Auch verzauberte Rüstung, ne? Oh. Na gut, dann raus. Und nochmal. Wer lädt ein? Oh, die sieht doch nicht aus. Wo ist sie hin? Hier! Oh, guck mal hier! Hallo! Du bist süß! Wurde ich schon weiter? Ne. Doch. Doch! Weide schon. Team except Raubwurst. Sehr gut. Sehr schön, wenn es das Team auch nochmal mit anderen Maps geben würde. Was es vielleicht irgendwo gibt? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht auf der anderen Seite. Wir gehen ja mal nach links. Wie, ist das ein Bacon? Was? Sieht aus wie ein Bacon. Der hier so rumhüpft. Flurbeck, du hast recht. Oh, lecker, lecker. Rapp, 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 rapp. Fett-Burner. Weißt du? Schön. Dann soll das wohl ein Bacon sein. Das coolste irgendwie sind auch einfach die vielen Skins, die man hier so sieht. Ich hab ja schon beim letzten Mal gesagt. Wahrscheinlich muss ich mich ständig umziehen, weil da so vieles cool aussieht. Aber dann erkennt man dich ja gar nicht mehr. Der Name steht doch überm Kopf. Äh, wo ist denn Richard? Ach, hinter. Neben mir, oder? Oder rechts? Keine Ahnung. Achso, ich seh dich grad nicht. Ähm... Das fängt ja auch schon so an. Ja. Wir gehen ja wieder nach hinten weg, ne? Ja. Ich weiß nicht, welche Klasse... Frucht ist die beste Verteidigung. Hat man ja eben gesehen, wie erfolgreich das war. Genau. Ich nehm immer Ritter, einfach damit ich immer ein Schwert habe. Achso. Ach fuck. Jetzt war ich zu langsam. Egal. Ihr wisst ja, wo ihr mich findet. Vollschwert. Geil. Au, au, au! Kleineck! Fuck, fuck, fuck! Ich hab mein... Ich hab mein... Ich hab ein Schleimschwert, geil. Vorsicht hinter dir, weil... Jetzt kommt gleich im Tuch. Oh, da war was drin, da war was drin. Das ist nicht gut. Oh nein! Schluss. Ich werd umgebracht. Äh, Richard, wo bist du? Ich bin umgebracht worden. Oh nein! Ich bin hier. Runter. Von YOLO. YOLO. Koffel. YOL. Nur so alt, wenn ich solche... Ich geh mal wieder da lang, wo wir so... Ah, da bist du! Hallo! Du, ich hab Goldschuhe für dich. Ja, lassen wir das mal weg, hier. Da waren grad noch vier andere. Na? Ja. Dankeschön. Brauchst du noch ein Holzschwert? Holzschwert hab ich. Okay. Vorsicht, da hinten ist einer. Der kommt, glaub ich, auf uns zu. Ach. Nee, haut ab. Sehr gut. Der ist mein Tau. Dein Schwert gesehen. Puh. Ich muss mit Richard zusammen rumlaufen, der sieht immer Kisten. Ja, guck mal, hier vorne müsste er auch sein. Der eine. Juhu. Die hab ich ganz alleine gesehen. Puh. Oh, kleiner. So imba. So. Ich... Jetzt zieh ich an. Schon wieder verloren. Da hab ich hier wieder rechts ran. Rechts, rechts, rechts ist hier... Nee, das ist links. Da, wo wir jetzt erstmal auch nahm gegangen sind. Ah ja, okay. Ah ja, ich glaub ich seh den Namen. Genau. Jetzt lootest du schon die ganzen Kisten. Und ich komm, das ist dann alles leer. Das ist eigentlich ganz angenehm. Sammle ich nicht allen Müll auf. So. Bei uns, äh Lolli. Natürlich. Ich führe deine Gegenwart. Oh Gott. Ich fände nicht vielleicht die Kiste dran. Stein schlägt. Uh. Hier ist noch entscheidend, dass es dieselbe Map nochmal ist. Ja, ne? Äh, hier ist nochmal... Ja, muss man einfach nur an den Raum reingehen. Äh, hier ist eine Leder, ähm, Brust drin. Okay. Brauchst du eine Steinangst? Nee, ich hab ein Steinangst. Okay. Okay. Oh, hier muss noch eine Kiste. Ah, jetzt hab ich auch ein bisschen langweilig, weil ich dann sonst immer nur versteckt. Uh. Uh. Ja, warum soll man kämpfen, wenn man nicht die Rüstung, Ausrüstung dafür hat? Was? Ähm. Der ist nach oben gelaufen. Hm? Hä? Na, weil der Klaviator so stehen bleibt, das sah so ein bisschen fragend und suchend aus. Ach so, danke. Nee, ich hab's noch aber grad in meinem Inventar. Ähm, Richard, brauchst du einen Kettenhelm? Hm, no. Hab ich. Ich brauche auch noch eine Hose. Ich brauche mal meine Stimme. Hose hab ich glaube ich auch noch nicht. Wo bist denn du jetzt? Ich bin hinter dir. Hinter dir ist noch jemand. Ah, tret' dich um. Oh, ja. Ich bin ja ein super Aufpasser. Kriegen wir den? Alter, hat er einfach mal nen Bogen am Start. Gib Gummi. Krieg den. Kriegst du ihn? Gut, dann darf ich mir keine Frage drauf. Nee, ich krieg ihn nicht, oder? Nee, ich krieg ihn nicht. Krieg ich ihn? Hopp, wo bist du? Ach, da. Da ist er. Ich juckel mir den. Du juckelst dir den? Mit den. Oh Gott, oh Gott, noch jemand. Uaaaaaah. Oh Gott! Das ist so viel. Ich hab wieder ab. Ist da noch ein Pferd, ein goldener Rüstung? Fuck, 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 fuck. Ich bin tot. Doch tot? Ja. Na ja. So viel dazu. Dr. User USB. Wuhu. Oh, da war ein Pferd. Na gut. So, mal schauen, was wir jetzt nächstes nehmen. Ja, das läuft einem hinterher. Oder? Doch nicht? Der eine hier hatte auch zwei Kühe, die wieder hergelaufen sind. Paintball Warfare, das klingt echt auch ganz cool. Paintball? Äh, auf den Schneeball. Ähm, in der Auswahl, ne? Also nochmal zurück in die Lobby, oder was? Nö, das kommt zu... Die Stadtlobby. Ja, also... Du musst nicht mal in die Stadtlobby. Ach so. Da. Du gibst einfach einen Kompass und dann findest du den Schneeball. Genau. Dann gehen wir wieder in Lobby ein. Das gibt's noch zwei Lobbys. So. Wir probieren jetzt Paintball aus, was noch keiner von uns gemacht hat. Wieder zu dem linken Play? Wieder zu dem linken, genau. Schauen wir mal, was dir so geht. So. 0 in Lobby. 4 in Lobby. 32 in Lobby. 2 in Lobby. 3 in Lobby. Ähm. Das ist schon mal nicht so... Äh, was ist denn da, glaube ich, in der falschen Lobby? Mal Lobby 1? Jetzt. Ach, da Leute. Gut, wir gehen... Ah ja, kommt mal her. Ganz, äh, ganz links. Aztek. Okay? Die sehe ich aber überhaupt nicht. Ganz... Na, du siehst uns nicht, weil... Hab ich das schon mal erklärt. Weil wir schon drin sind? Nee, weil man... Wenn man direkt davor steht, man ausgeblendet wird. So. Wenn natürlich alle direkt davor stehen... Klaviatorpanel? Gut. Teams gibt's hier nicht. So, mal gucken, ob hier irgendwas steht. Äh, Team auswählen orange oder... Oder blau. Achso. Wir nehmen orange. Wir nehmen orange. Ja. Okay. Team already full. Oh, echt? Ja. Dann will ich auch blau sein. Okay. Jetzt will ich orange. Na toll, danke. So, äh... Ihr werdet... Ihr werdet... Alles gegen Klaviator. Wuhu. Wuhu. Mach euch... Was hab ich gerade gesagt? Juggel euch weg. Wir machen dich Schneeball. Da mach ich dich Schneeball, ey. Du krömt genauso aus. Einfach nur mit Schneeballen andere Leute kaputthauen. Ja. Das sieht ganz aus. Boah, das geht schon los dahinten. Wut? Wurde ich gerade irgendwo hingebootet? Perfekt. Achso! Ne, mich hat jemand getroffen. Hab ich gar nicht gemerkt. Ein Weckerhauen. Wollt euch erwischen. Niemals. Auch nur begrenzt. Alter! Sind denn da für Noobs, oder? im Team? Auf mich. Alter! Direkter! Oh, ich bin abgeschossen worden! Was sind denn für Nübsen in unserem Team? So, wo seid ihr? Ich will einen von euch erwischen. Direkt hinter dir, Alex. Ich dachte gerade, sie ist direkt hinter mir. Ne. Ähm. Ach. Krass, wie groß ist das, wie weit das runter geht. Frohsinn und Gemütlichkeit. Oh nein! Fröhlichkeit und leichtes Leben. Fröhlichkeit und leichtes Leben. Alter, das gibt's doch nicht! Hast du wundertchen in deinen Gesingereien. Hast du mich abgeschossen? Ne. Gott sei Dank. Das würden wir nie tun. Aber ich mag die Map-Übels. Das sieht total cool aus. Die Bäume? Ja. Und die Schlucht ist auch ziemlich tief. Ich hab auch keinen Schlucht gesehen. So weit bin ich noch gar nicht gekommen. So hier. Ich seh keinen mehr. Sind die denn alle? Alle tot. Vorne ist einer. Ach! Popo. Verdammt! Egal. Krankenhaus. Krankenhaus? Machst du jemanden ein Krankenhaus? Ich mach die Krankenhaus, Alter. Oh Mann! 84, 84. Gleichstand im Moment. Oh. Echt? Mhm. Was ist mit kleinen blauen Pisser? Entschuldigung. Penisser. So eine Spiele sind nicht gut für mich. Wir entwickle ich Aggressionen. Ja. Fällt kaum auf. Ich hab auch damals in der ganz frühen Version von Call of Duty. Ich dachte du würdest immer so. Hab ich äh. Das war so schlimm. Das wollte mein Bruder dann nicht mehr mit mir spielen. Er wollte nicht mehr, dass ich so viele Kraftausdrücke verwende. Da war ich ehrlich gesagt auch noch sehr jung. Andere Geschwister fänden das lustig. Ich möchte nicht mit mir spielen. Du redest dann so gut. Ich mochte es nicht, dass ich ihm die ganze Zeit so blöde Namen gegeben habe. Ach du hast ihn direkt beschimpft und gar nicht das Spiel? Natürlich. Natürlich. Frage dich überhaupt. Große Brüder reagieren da vielleicht ein bisschen allergisch, wenn die kleine Schwester sie... Ja, was hast du denn so gesagt? Erzähl mal. Nee, das sag ich nicht. Sonst wird das Video gesperrt. Das war da ein Schneemann. Komm her, du kleiner Pisser. Ich seh dich. Ich seh dich. Ich seh dich. Ach. Ha ha ha. Äh. Ist bei dir die Luft raus? Ich hab ein Loch. Komm her. Komm her. Ja. Erwischt. Hasse dich. War ich das? Doch. Doch. So ein einzelner verirrter Schneeball ist dann angeflogen, als ich hochgeguckt habe. Hauptwurst, wie kannst du nur? Gebe ich jetzt zurück. Du noob. Ach. Ja. Ich noob. Ich liebe sowas. Da war ich schon fast stolz auf meine 6 Skills. Aber nur fast. 6 Skills hast du? Hm. Dann erzähl ich dir jetzt nicht, dass ich schon 9 habe. Du hast es gerade gesagt. Glaub ich dir auch nicht. Glaub ich dir auch nicht. Ich würde dir ein Screenshot checken aber. Ich hab wenig Zeit zu. Es ist echt lustig. Es hat übel Spaß. Ein Minecraft-Shooter. Ja. Was steht denn noch? Ich bin schon wieder undig. Ich find das so frustrierend, wenn man jemanden umgebracht hat und dann trotzdem noch von seinem Schneeball getötet wird, weil er halt noch so fliegt. Ja. Wie im echten Leben. Er schießt und er schießt ihn und er erschießt dich trotzdem. Passiert mir ja jeden Tag. Mindestens 3 Mal. Ja. Mir nicht. Hartes Leben. Hartes Leben. Hartes Leben. Also wird es halt auch nicht langweilig, ne? Oh, hier ist gerade übel die Schlacht. Ach. Er wird jetzt das ganze Tod in der Schlacht. Wie lange geht das eigentlich noch? Ja, 39 zu 29 steht's jetzt. Wenn ein Team Müll erreicht hat wahrscheinlich. Ach so. Wir werden die Letzten. Ach, ich hab' immer nicht gehört! Ach, ich hab' immer nicht gehört! Pst! Das will keiner hören! Das war nicht lustig. Oh! Das wird rausgeschnitten. Ach so, äh, Lolli meinte ich, hab' ich getippt. Ich fühle mich als hätte ich ein Chimpot gesagt. Ach, Fatsch, nein, das meine ich doch gar nicht. Ich weiß. Ja, äh, Raubfoss, wie viele Kills hast du jetzt? Einen mehr. Wuhuu! Dafür hab' ich schon ganz schön viele Deaths. Kann man damit auch angeben? Äh, weiß ich gar nicht. Kann ich stolz auf dich sein. Und damit lässt die immer Schneewelle fallen? Ich weiß auch nicht. Oh! Dich! Oh, so sind die alle. Ich glaub' die... Blauen sind alle tot. Oh, der war hinter mir! Oh Gott Gott! Ich weiß nicht, ob die einen angucken oder nicht. Weil die alle nur Wolle am Kopf haben. Ja. Vielleicht kann's einem deswegen auch vor, dass das, äh, als ob die alle so schlecht wären. Weil die einen angucken und nichts machen, dabei stehen die eigentlich nur im Rücken zu einem. Oh, das war die kleine Penguin. Äh, Lolli. Fast schon. Es ist okay. Warum hab' ich eigentlich hier... Ach, Kill Coins. Weitklick. Ach! You're the player who killed you last. Äh. Kaufen. Für die Kill Coins. Äh! Nein! Winner Orange! Ich hab' euch nass gemacht! Ich hab' euch nass gemacht! Das habt' euch nass gemacht! Das habt' euch nass gemacht! Ja, nicht wahr! Und tanzt jetzt auch gerade, wenn du dich so freust! Ich würd' mehr tanzen, aber meinem Stuhl fehlt ne Rolle. Ich hab' Angst, dass ich da hinten weggeleine. Deinem Stuhl fehlt ne Rolle, oh Gott! Ich hab' schon viel getanzt auf dem Stuhl. Nochmal! Ja, aber jetzt dasselbe Team. Jetzt doch nur Angst. Ja, und? Ähm, was nehmen wir mal? Babyland! Achso, wir müssen gucken, dass wir alle in der gleichen Lobby sind, ne? Lobby 1 und dann Babyland! Das klingt doch voll gut. Wo ist'n Babyland? Ich mein, das war auch ziemlich links. Ziemlich links? Babyland! Oh ja, zweit kommt links. Aber das kann noch keiner drin! Doch, jetzt ist einer drin! Aber gehen wir mal rein! Mal gucken, da kommen bestimmt welche! Tja, die sehen ja schließlich jetzt, dass Leute drin sind. Nehmen wir grün? Grün! Vielleicht ist das Team schon voll! Grün! Ja, bestimmt! Das grüne Team ist schon voll? Ne! Nein! Nein! Ich bin jetzt... Versteht das irgendwo in welchem Team ich bin? Na, du drückst einfach nochmal mit Rechtsklick auf grün. Wenn du nur noch unten Orange hast, dann bist du grün, weil ich kann nur noch Orange auswählen. Ich kann auch nur noch Orange auswählen. Echt? Dann geh mal Orange! Nein, wir sind doch in Grün! Nein, bist du sicher? Ich hab beide in der Hand! Mir hat er gerade gesagt, dass Grün schon voll ist! Nein! Echt jetzt? Dann gehen wir halt Orange! Jetzt bin ich im Orangenen-Team! Ne, Orange ist schon voll! Ja, wahrscheinlich guckt dir, dass die Leute, die gerade in Lobby sind... Ah, okay! Also jetzt kann ich gar nichts mehr auswählen! Jetzt bin ich... ich bin jetzt Orange! Ich bin auch Orange! Ne, ich bin auch Orange! Ne, bin ich Orange? Hoffen wir! Ich bin... you are now Orange! Ja, ich bin Orange! Du bist also... okay! Gut! Dann klicken wir jetzt gar nichts mehr, das stimmt so! Ich kann auch gar nichts mitnehmen, ich hab jetzt keine Wolle mehr! Hör auf, Dinge zu tun! Ich hab noch beide Wolle! Ich höre auf, Dinge zu tun! Leg die Wolle weg! Ich hab keine Wolle! Leg die Wolle weg! Ich sag doch genau, dass du die Wolle in der Hand hast! Ich hab keine Wolle! Lass die Wolle fallen, nur da ich schieße! Mit, äh, meiner Wolle! Oh, du hast ja beides Wolle, warum hab ich keine Wolle mehr! So, ich bin Team Orange! Ne, nix, wenn ihr mir alle... Oh, das sieht anders aus! Das ist süß! Baby! Alter! Was hab ich getan? Nein, ich bin noch nicht gleich gestorben! Vor allen Dingen ist das irritierend, ich versuch, hab nämlich gerade schon gedacht so, oh, da ist der Feind! Aber die anderen sind der Feind! Da oben ist einer, aber der ist mit einem Glas! Ne, den töten! Oh! Oh, dieser Wasser! Alter, man stirbt echt ohne irgendwas gesehen zu haben! Ich weiß nicht! Das ist auch cool mit den ganzen Dingen, hinter denen man sich verstecken kann! Wobei ich sagen muss, das mit dem Dschungel hat mir ja auch wirklich besser gefallen! Ja, das war irgendwie cooler! Du wolltest nach Babyland! Ich wusste ja nicht, was da kommt! Jetzt weiß ich's! Ich! Wenn ihr Lust habt, können wir ja gleich nochmal ne dritte Lobby ausprobieren davon! Oh ja! Oh ja! Ich hab gar keinen gesehen! Verdammt! Du, ihr Depp! Wir kommen jetzt von hinten! Ich bin tot! Oh! Machen die das? Die kommen von hinten! Hier! Hier! Ah! Die steigen mit dem... Mit den Wassersäulen nach oben! Ne! Da sind Leitern, um nach oben zu steigen! Okay! Okay! Und oben war die weg! Jetzt mal in die andere Richtung! Komm mal hier mit! Na, ich?! Ja, du! Achso, hier! Was zur Hölle! Was ist das denn? Was zur Hölle! Oh Gott! Es soll aufhören! Was zur Hölle ist das? Was? Was war das denn? Ja, wahrscheinlich hier so'n... So'n Coin-Special! Sollten wir die Coins mal ausprobieren! Mal benutzen! Irgendwas wird schon treffen! Oh, kleine Pisser! Einzuschleichen! Gleich wieder aufs Maul! Ah! Mist! Hölle! Was ist das? Immer wenn du anfängst zu drohen stirbst? Ist dir das mal aufgefallen? Echt? Hab doch's Maul! Du stirbst! Ich krieg euch alle Mist! Ich bin tot! Was? Hier ist ein Creeper! Hier auf dem Creeper rum! Ich hab Creeper gespawnt! Ach du hast gewählt! Ja! Wir teilen uns und spawnen jetzt! Ah! Ich hab nicht... Aber uns tun die nichts, oder was? Ich hoffe nicht! Er hat mich grad nur schief angeguckt! Hat der da Hühner gespawnt? Vor allem diese Creeper sind grün! Ich denk natürlich immer das sind Feinde! Ah grün hat gewonnen! Ach das waren nicht wir! Ich hab 6 Kills gemacht! Verdammt! Besser geworden! Ich hab 6 Kills gemacht! Alter! Habt ihr das gesehen? Nee! Was denn? Da ist aber grad ein grüner ist genau in diese Creeper reingelaufen! Und die ist alle auch wie drauf! Oh ja! So also wieder Lobby 1! Ja! Nicht Lobby 1! Ah! Ich bin ja nicht Lobby 1! Wollen wir auf die... Wollen wir zur rechten Tafel gehen? Einfach nur aus Jux! Und um es mal gemacht zu haben! Können wir machen! Daraus steht dasselbe! Na toll! Trotzdem! Ich fühl mich jetzt noch... Juice! Der Saft in der Mitte? Ok ja! Dann gib mir den Saft in der Mitte! So! Team Rot oder Blau? Rot! Ich bin Team Rot! Ich bin Team Rot! Ich bin Team Rot! Ich bin Team Rot! Wenn wir zu warten! Oh Gott! Ich meine eigentlich blau lieber! Ja, die sieht... Die sieht interessant aus. Schmeißt man schon was? Schmeißt du was? Was? Du sagst du siehst interessant aus? Siehst du schon was? Nein die da! Wo du vorbeigelaufen bist! Mit der Mütze? Ja? Ja. Es ist rosa. Pink. Okay, es ist pink. Aber ich mag dein Regenbogen-Outfit auch sehr gerne. Ich mag mein Regenbogen-Outfit auch sehr gerne. Und Deins erinnert mich irgendwie immer an Ronja Räubertochter, obwohl das ja gar nicht sein soll. Meins nicht. Das ist Midna. Na, los! Und Richard sieht einfach nur aus wie ein Hauptdachler. Ich fühl mich auch so. Ich glaub ich bin ein armer gestrumpeter als der Weiber. Los geht's! Alle töten! Oh ja, wo müssen wir lang? Damit schießen wir nochmal mit. Eichs kriegt. Äh! Ich hab noch keinen gesehen, wir sind schon wieder tot gewesen. Das ist eine interessante Map. Das gibt's doch nicht! Ja, die erste finde ich immer noch am schönsten im Vergleich. Ja. Eigentlich müssten wir die alle durchtesten, um zu gucken, was noch gut aussieht. Ich hab das Gefühl, wir kommen gar nicht hier raus, weil die schon vor der Tür stehen. Ja. Die stehen schon vor der Tür. Ja! 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 AdSent. Also die Map mag ich noch am allerwenigsten. Ich find die auch nicht hübsch. Der Aufbau und die Farbe find ich doof. Ja. Ey. Pups doch die Wand an, ey. Meinst du, das hilft? Hä? Warum werd ich denn die ganze Zeit von Roten abgeschossen? Oder bin ich einfach nur so schlecht? Die können dich nicht abschließen. Die können dich nicht abschließen. Die sind mit Lämmchen Blau. Nee. Wenn mir jetzt hier einfach Schneeballer bist du, get now. Ach. Es läuft nicht. Guckt euch mal die Lebensanzeige da an. 81 zu... Ach, zumachen wir die Küche. 2, 1, oh Gott. Oh, das war ja ödel. Noch eins? Es war ganz knapp. Ganz knapp. Um noch peinlicher zu sein, sondern auch... Ganz knapp. Oh Gott. 79. Was ist denn hier? Aqua. Ach, das stimmt gerade wie trocken, was cool ist. Bein Ahnung. Probieren wir eine andere Lobby? Habt ihr noch Lust? Ja, ich hab Lust. Eins machen wir noch, oder? Gehen wir wieder links hin? Links, ja. Eine mitmachen wir noch. Oh, einen haben wir noch. Oh, einen haben wir noch. So, was nehmen wir? Was möchtest du? Oh, Canada. Dritter von rechts. Oh, Canada. Dritter von rechts. Na, lila oder weiß? Weiß. Weiß. Okay. The white team is already full. Hm. Musst du warten? Na, ich hab aber die Wolle dann auch gar nicht mehr im Inventar auf irgendeinem Grund. Ich meine, in der bin ich gar nicht. Dann gehen wir zu Purple. Jetzt hab ich gar nichts mehr. You are now on the purple tea. Du bist aber bei Purple, oder? You are now on the purple tea. Toll. Aber die weiße erkennt man nächstes. Oh, die Purple hat man wahrscheinlich noch besser erkannt. Und mein Bauch. Mal schauen, wie die jetzt gleich aussieht, die Map. Und dann war das erst mal unser letztes Spielchen. Jupp. Guckin, guckin, guckin. Guckin. Ah, langsam füllt sich. Das ist schon wieder die mit der Mütze. Sie wird dich verfolgt. Die mit der Mütze? Sieh, ist der Grund, wo haben wir... Ach, da. Musia 88. Nein. Na ja! Ich bin schon wieder so laut. Manchmal wird es nicht so laut, dass ich mich bei irgendwen plötzlich wieder höre. Das bildest du dir ein. Das bild ich mir ein. Ja, ganz bestimmt. Eindeutig. Das sind Stimmen mit meinem Kopf. Meine Mitbewohnerin hat mich auch letztens gefragt, wem ich denn geredet habe, dass ich so laut war. Allerdings ist das auch die, die, als ich mal in Netzplay geguckt habe, gefragt hat, als sie rein kam. Wir uns sehen? Was? Hören die uns gerade zu? Das war ein Let's Play und man hat halt die Camp, das war halt mit Facecam. Und sie dachte, dass man sich gegenseitig, also dass die, dass das verleiht ist. Ach so, dass du da mit jemandem Videochattest oder so. Das ist voll schön, wenn ich mit den YouTubern... Also die Weißen sind echt schwer zu sehen, aber die sind aber alle sehr schlecht. Auf der Schneemap, ne? Zumindest so eismäßig. Haben wir schlecht gewählt. Die fallen mir erst auf, wenn ich tot bin. Boah, vor allem kommst du so super ätzend langsam voran. Eis überall. Also die Farbe ist echt Mist. Merken wir in Zukunft, wenn wir O-Kanada spielen, dann sind wir Weiß. Das geht gar nicht. Ich komm mir so vor, als leuchte ich und die anderen sind voll getarnt. Ungünstige Farbwahl einfach. Ja, die müssten halt dann auch irgendeine Knallerfarbe haben. Grün oder so. Würde auch auffallen. Alter, dieser blöde TNT-Kopf. Aua! Obwohl ich finde, dass die lila Leute alle sehr hübsch aussehen. Ja, wir sind hübsch. Aber wir stechen auch hervor. Wir leuchten leider auch wie so buntes Feuerwerk. Verdammt. Alter, wie kann denn der so schnell laufen? So, die kleinen Pisser. Komm mal her, die alle. Oh. Oh, das ist noch ziemlicher Gleichstand. Ist das einer von uns? Oh. Ah, den hab ich nicht gesehen. Der wollte auf mich an der Treppe warten. Da war ich aber leider schneller als mehr. Sei zu still. Du redest doch so für uns alle, das ist doch super. Voll konzentriert. Genau, wir sind mit dem TNT-Kopf beschäftigt. Auf, wo es kommt ihr mit hoch? Ja. Totfeinde, bis aufs Messer. Bis auf den letzten Schnellball. Bis auf den letzten Schnellball. Ups. Geht ihr noch weiter hoch? Oder sieht das nur aus? Noch weiter weiter aus. Du kommst in den TNT-Kopf. Ah, halt nicht. Ich hab dich gerecht. Oh, Mist. Das war selbst der Schuld. Das ist dieser TNT-Kopf, ne? Der ist schlimm. Ich glaub der TNT-Kopf ist auch einfach nur ein Upgrade, oder? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich muss ich das kaufen. Ja, halt bei den Gold-Coinste bestimmt dabei. Ach so. Dann ist das wahrscheinlich jemand anderer. Natürlich, ja. Ha. Ey, das gibt's doch nicht. So wie Aztek spielen. Komm, 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 komm! Alter, es geht! Das ist eigentlich das Trick-O-Shot. Ach, schießt das schon drei Bälle einfach auf einmal, ja. Bei den Gold-Coins war es auch mit dabei. Ja, das hab ich eben schon mal gesehen. So, das konnte ich mir nicht leisten. Na, wie viele Kills habt ihr schon so? Äh, acht. Boah! Aufgrund für acht kannst du diese Creeper holen. Echt? Ja. Oh nein, das ist gleich vorbei. Perfect. Naja, weiß halt aber. Äh, das war ja ernüchternd. Will normal. Willst du nochmal? Ja. Aber das ist das allerletzte Mal. Aber das ist wirklich das letzte Mal. Raubenbost, ne? Aber lass uns noch mal eine andere Map nehmen. Ja. Na gut. Du darfst sie aber auch aussuchen. Erstmal eins. So, er darf doch schon, er hat doch schon... Ist egal. Trotzdem, ich darf, ich darf. Was nimmst du? Das La La Land. La La Land? Mehrmals? Ne. Nehmen wir grün? Grün. Ja. Grün. Die Team ist already full. Nehmen wir rot? Dann wird uns mal immer erstmal für das Falsche entscheiden. Also rot, ja? Ja. Ist auch voll. Heißt das, ich bin jetzt in keinem Team? Du fliegst gleich auch. Ja wahrscheinlich... Wahrscheinlich müssen jetzt erstmal noch ein paar dazukommen. Also bald welche reinkommen, wurden einfach alle auf rot. Na bei mir verschwinden dann die Wollen. Aber in der Hand hast du die immer noch dann. Hab ich bei dir grad ne Wolle in der Hand? Ja. Jetzt hast du rot in der Hand, ja. Echt? Ich seh die nicht mehr. Hab ich jetzt Grün in der Hand? Ja. Jetzt hast du Grün in der Hand. Jetzt bin ich... Jetzt ist er. Grün ist already full. Jetzt bin ich im roten Team. Ich bin jetzt auch im roten Team. Ich auch. Das ist jetzt bestimmt ne total grüne Map? Ja. Ich seh. Ey, das wird jetzt ne weiße Map. Fühlt man sich wie mit nem Gilly in der Stadt. Das ist ein Schwein mit Anzug und Brille. Ist das ein Schwein? Seh das Schwein auch nicht. Ah, hab ich grad angeguckt. Pass auf, dass du dich nicht blitzt, Dings. Der Püse. Ach hier. Ja. Big and black. Also es ist mir kalt. Jetzt riecht mir das mal Heizung an. Pfff. Und Licht an. Awww. Es sollen mehr Leute reinkommen. Es muss losgehen. Die ist süß. Die ist süß. Awww. Wer denn? Wo denn? Was denn? Die mit dem hellblau. Die süße helle Augen. Hallo. Bartje. Der Kopf ist auch irgendwie putzig mit dem Gesicht drauf. Ja. Noch vier Leute, dann kanns losgehen. Dann können wir wieder erfolgreich stärken. Nein, diesmal gewinnen wir. Weiß ich. Diesmal gewinnen wir. Das wusste ich schon immer. Beim letzten Mal, das wusste ich schon vorher, dass das nichts wird. Und du hast uns nicht vorgewarnt? Hm. Ich wollte das nicht einfach in den Tod laufen lassen. Ich wollte doch nicht den Spaß heute haben. Weißt du? Los geht's. Uh, es ist pink. Welche Farbe haben wir rot? Wir haben rot. Super. Ein grünes bisschen. Das sind alles mal Rettblöcke. Alter! Lass sie wieder ausrasten. Ja, mach mal. Lass es raus. Oh Gott. Ich bin nur hochgeklettert, um runterzufallen. Das hätte sich ja gelohnt. Habe ich schleckes Sniper, der hattest du gar keine Chance gegen mich. Oh! Jetzt wurde es ja besser gesagt. Das ist eigentlich auch ganz witzig hier. Aber trotzdem nicht so schön wie diese Azteken-Map. Das stimmt. Wäre ich noch am schönsten. Zumindest von dem, was wir bisher gesehen haben. Stimmt, aber wir haben jetzt auch schon... Ey, das ist doch nicht wahr. Oh, nicht schon wieder. Oh, das Geräusch ist so gruselig. Was ist denn das? Ach, das kann man sich kaufen. Ja. Wo? Oh, nicht so wieder. Amしました. Was war das denn jetzt? Oh Gott, wenn die einfach nur die ganze Zeit irgendwelche Sachen kaufen, ist doch voll doof. Dadurch kriegen die ja die Kills, um sich da noch mehr zu kaufen. So, keine neue Wunde. Nee, reicht jetzt. Dann können wir uns an dieser Stelle eigentlich auch verabschieden. Schön, dass ihr dabei wart und wir hören uns demnächst wieder. Tschüss